Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Die Polizei Rhein-Sieg und die Gemeinde Much engagieren sich intensiv im Rahmen des Projekts Keine kurzen für kurze gegen den Missbrauch von Alkohol durch Kinder und Jugendliche. Alkohol wird gern getrunken, ist auf Festen kaum wegzudenken und in unserem Kulturkreis weit verbreitet. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird zwangsläufig abhängig. Doch konsumieren über 4 Millionen Menschen zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland missbräuchlich oder abhängig Alkohol. Jugendliche sind besonders gefährdet. Außer den gesundheitlichen Auswirkungen ist die Gefahr von Unfällen im Straßenverkehr durch den Einfluss von Alkohol besonders hoch. Die Kampagne soll sowohl Eltern als auch Gewerbetreibende ansprechen. So sollen an Jugendliche unter 16 Jahren kein Alkohol und an unter 18-Jährige keine Spirituosen abgegeben werden. Zur besseren Übersicht werden im Rahmen der Aktion im Einzelhandel Alterskontrollscheiben verteilt, die Aufschluss über das Jugendschutzgesetz geben. Die Geschäfte und Gaststätten sollen sich im Zweifel den Ausweis zeigen lassen, den Verkauf von Alkohol im Notfall verweigern und das aktuelle Jugendschutzgesetz gut sichtbar aufhängen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017